Hallo, was geht? Wieder willkommen zurück auf meinem zweiten Kanal, Freunde. Freunde der gepflegten Musikkultur. Wir haben einen neuen Release. Ihr seht es schon hier. Philipp Burger, der Sänger von Freiwild, der ein oder andere wird es wissen, bringt ein neues Album raus. Und ich muss sagen, ich habe extremst Bock. Ich denke, dem einen oder anderen freue ich mich jetzt auch zu gehen. Wir gucken einmal kurz drauf. Auf Grenzland heißt, das neue Gude-Stück kommt. Ab 21.04. startet der Vorverkauf. Wann kommt das Ding raus? Das steht hier noch nicht. Aber dazu ist jetzt auch ein neues Lied entstanden. Weckt die Punks, weckt die Skins. Offizielles Video. Und da gehen wir jetzt auf ganz entspannt rein. Gönnen uns das Gude. Hat auch schon fast 19.000 Klicks. Da freut sich das Rockherz. Wir gehen rein. Gucken wir uns das Ganze an. Let's go. Punks, Mods, Rockers, Teds, Greasers, Futuristics, Neuromantics, Blitzkids, Skinheads, Rudy Skinheads, Bootboys, Hells Angels, Bikers and Ska Boys. Und wir haben ein paar Repräsentatoren von verschiedenen Gangs auf dem Programm. Sie war nicht schlechter, meine Generation. Ach, das. Es gab den Arsch voll Subkulturen mit eigener Mode, eigenen Liedern. Mein Sohn, hier wusste jeder, wofür ein jeder steht. Ein Netz aus gleichgesinnten Banden, schwand es sich über den Planeten. Heute weiß ich das alles, hat sich nicht gemacht. Diese Einheit fährt da mir ein, ob ein Tag oder bei Nacht. Auf der Flucht vor Aktivkanz, auf der Flucht vor der Vernunft. Weck, sie schenkt dir neues Leben. Ich will Jugendvielfalt, ich will viele, viele Szenen. Ich will so Kulturen sehen. Weck die Punks, weck die Skins. Weck die Höfness, weck die Gauts, weck die Hooligans. Weck sie alle auf, sei anders und lebt. Denn alles gleich ist immer scheiße, zeig mir, wofür, wogegen euer Herbst steht. Auf eine Subkulturrebellion, eine Subkulturrebellion. Wir machen kurze Pause. Philipp Burger, es macht so Spaß, seine Musik zu hören. Das ist völlig klar. Man merkt, worum es geht. Es soll natürlich trotz allem, was so in der Welt passiert, genug Platz sein für verschiedene Meinungen. Und ich glaube, heutzutage laufen alle ziemlich gleich rum. Ich glaube doch, das ist ein wichtiges Anliegen, dass die Leute auch unterschiedlich sein können. Wir hören mal weiter. Das gefällt mir auf jeden Fall gut. Das hat einen guten Rhythmus. Die Zeit vergeht, nichts wird ewig sein. Die Welt, sie dreht sich immer weiter. Doch manche Dinge sollten bleiben, wo ist die Jugendrebellionen? Wofür, wogegen steht sie all? Nur Edelfetsen und Angepastheit, können doch echt nicht alles sein. Welche Lieder und welcher Geist, welche Helden sind an Bord? Vielleicht bin ich schon zu alt. Doch ich führe mein Spirit vor. Zeig mir, mit wem du dich umgibst. Und ich sag dir, wer du bist, trägst du mit Liebe und Stolz geweiht. Bist du bei einer Freie mit Wave dabei? Bist auf der Straße voll frei? Dann bist du Teil dieser Familie. Weck die Punks! Weck die Skins! Weck die Rocker-Villys! Die Deutsch-Rocker weck die Hooligans! Weck sie alle auf! Seid anders und wild! Denn alles gleich ist immer scheiße. Zeig mir, wofür, wogegen euer Herz steht. Auf eine Subkultur-Rebellion! Eine Subkultur-Rebellion! Eine Subkultur-Rebellion! Scheißegal, wie sie heißt, tut mir was auf, weiß, oh! Eine Subkultur-Rebellion! Eine Subkultur-Rebellion! Eine Subkultur-Rebellion! Scheißegal, wie sie heißt, tut mir was auf, weiß, oh! Weck die Punks! Weck die Skins! Weck die Metalheads, die Skater! Weck die Hooligans! Weck sie alle auf! Seid anders und wild! Denn alles gleich ist immer scheiße. Zeig mir, wofür, wogegen euer Herz steht? Auf eine Subkultur-Rebellion! Ja, das kann sich durchaus sehen lassen. Ich glaub, so, dein richtig neuer Bagger, geiles Material. Naja, äh, ja, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Mir hat's persönlich sehr gut gefallen. Subkulturen müssen wiederbelebt werden. Vor allem gerade, wenn man sich die Charts anguckt, der ganze Rock und Metal ist leider ausgestorben, oder ziemlich ausgestorben. Ah, da müssen wir wieder hin, und wir können dazu ein Teil beitragen, Freunde. Schaut gerne auf meinem Hauptkanal vorbei, an der Stelle, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Genau diese Art Videos, möcht' ich hier auf dem Kanal machen, auf dem zweiten Kanal, schaut gerne auf Twitch vorbei, dann würd' ich sagen, bleibt stabil, Freunde, für die Rockmusik, bis zum nächsten Mal, verbleiben und ciao, ciao!